Das Besondere an dem Projekt ist in erster Linie die Interdisziplinarität. Das heißt, wir arbeiten als Informatiker, als Ingenieure, als Neurobiologen, Psychologen und Mediziner an diesem Forschungsvorhaben. Und es ist ein großes Projekt, das heißt, es sind über 70 Wissenschaftler, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie die Methoden aus den einzelnen Disziplinen, wie sie sich ergänzen und wie sie insbesondere zusammengeführt werden können, so dass diese Companion-Technologie auch tatsächlich entsteht.